Und den Siggi? Und den courses persistiert. Garten des Doktors gespannt hat und die Scheune angezündet. Haben Sie keine Angst, dass Ihre Schüler Sie auslachen, wenn Sie da so mit mir tanzen? Raffin, pass auf! Warum soll Gott wollen, dass du stirbst? Müssen alle sterben? Ja. Wirklich alle? Ja. Darf ich hierbleiben diese Nacht? Schicken Sie mich nicht weg. Ich hab so Angst auf der Landstraße. Ich weiß jetzt, wer all diese Verbrechen begangen hat. Wer? Kein fester Wohl ist unser Gott, kein Gute, wir uns verhaften. Er hilft uns frei aus anderem Mut, die uns jetzt hat getroffen. Mühe ich mich, euch Gottes Wort nahezubringen und euch in seinem Geiste zu verantwortungsvollen Menschen zu formen. Und verzeihen Sie, Herr Vater. Bitte verzeihen Sie. So fürchten wir uns nicht zu sehen. Weiß ist, wie ihr alle wisst, die Farbe der Unschuld. Es soll uns auch geliehen.